Weil ich mitbekommen habe, dass ihr so ein bisschen Rückenproblem habt. Sie hat uns Übung... Wo war's? Ja, ich oben. Ja, also für oben. Die erste, darf ich mal... Was ist das denn? Rückenübung? Genau, mit der Tera-Band. Du musst mal kurz dein Mikro aus der Hand legen. Rückenübung, Liegestütze gegen die Wand. Tera-Band um die Hände spannen. Ellen... Außen spannt. Perfekt. Und jetzt im oberen Rücken. Unterarme nach außen. Es ist so einfach. Da kann man einen Haushaltsgummi nicht mehr nehmen, oder? Der war zu klein. Ich muss mir also so ein Gummiband anschaffen. Genau, aber das schenke ich euch. Aber wie oft muss... Oh, danke. Wenn der Onken umsorgt wird, da ist er jetzt ganz wuschelig. Wie oft muss er das machen, der Onken? Dreimal 20 jeden Tag. Dreimal 20? Bist du wahnsinnig, Miriam. So, zweite Übung. Und für mich habe ich auch eine. Popoübung. Das brauchst du oder ich? Wer braucht das denn? Ich brauch sie nicht. Na, Moment. Fass mal an. Fass mal an. Ich spann an. Brauche ich das? Nee, ist vor. Ja, nicht unbedingt. Fass an. Ja. So, mach mal. Dann muss ich da irgendwas falsch verstanden haben. Sorry. Popoübung braucht wohl keiner. Was haben wir noch? Aber die Kombiübung haben wir noch. Für Po und Rücken. Mach ich. Das ist schön, der Rennen. Okay, das muss ich jetzt machen. Ja, ganz schnell. Ja, halt mal. Wie eine Kombiübung. Das ist ja sinnvoll. Aber hier? Wir haben die eigene Physiotherapie. Ja. Ja, ja. Füße, Hüft, Reit. Ja. Oh Gott, bist du wahnsinnig. Das möchte ich sehen, du Koordinationswunder. Da kriege ich Rückenschmerzen vom Zuschauer. Du glaubst gar nicht, wie koordinativ ich bin. Mach doch mal. Du kriegst schon das Band, du mir, Dummi. Also so. Nur einmal ganz locker umwickeln. Ja, so. Reit, perfekt. Kühlen. Elbungen, Körper. Genau. Die Beuge tief. Das sieht sowas von elegant aus. Du bist so ein Bewegungswunder. Weißt du, was mir an diesen Schautafeln besonders gut gefällt? Hinten. Die Rückseite. Das ist die Mirjana. Mirjana, du liebes Bisschen. Mirjana, mir wird Angst, wenn ich dich nur sehe. Du wärst talentierter, Männer oder Frauen? Personal Trainerin. Aha, guck an, guck an. Mirjana, danke schön. Mirjana, vielen Dank. Wir teilen uns jetzt. Viel Spaß macht und bleib gesund. Gibt es auch eine Kombiübung für uns beide? Mach mal du mit mir die Knie beugen. So, und runter. Gerader Rücken onken. So, wir schauen zur Pina. Sehr. Wir müssen das 300 Mal machen. Dreimal 20? Ja. Ja. Oh.